Hardware ist immer gut. Gucken wir mal. Ich finde bestimmt irgendwas Schönes. Wahrscheinlich picke ich mir am besten random hier eine eine Disc raus. X-Car Experimental Racing. What the hell is that? Ach nö, nicht den Käse. Ist das Käse, das Spiel? Du kennst das, Retroscope. Wrath of Earth. Wrath. Magic of Endoria. Pizza Connection ist hier als Vollversion drauf. Dunkle Schatten 1, Dunkle Schatten 2. Das waren doch so Bundesspiele, oder? Verständnis. Menschenwürde achten. Ja. Educational Games. Ja, gut zu wissen mit der Pizza Connection. Echt ist das Käse hier? Oh ja, oh ja. Nesca fahren. Oh, 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 oh. Okay. Ich sehe schon, das Spiel ist ziemlich Käse. Eine 3-Fix-Karte wird benötigt. Na ja, F1-Manager. Dann zocken wir ein Röntgen Overboard. Harr. Der Death Black Driver schreit Pizza. Ähm, wenn ich jetzt aber eine Wirtschaftssimulation anfange, penne ich weg. Psy-Nosses. Äh, Boost. Fire Left Fire... Was? Punkt Komma? Warum? Kein Ton? Extrem leise. Das hier jetzt auf 3-D-Fix läuft? Ich bin mir nicht ganz so sicher. Wartet mal. Guck mal nochmal. Nee, jetzt muss ich das nochmal so starten, oder was? Egal. Das hat er sogar durchgespielt. Entschuldigung. Montesuma war auch cool. War auch saugeil. Montesuna. Das müssen wir gleich auch mal ausprobieren. Jetzt fragt er mich nicht mehr, doch. Ich hab ja eigentlich 3-D-Device 2 gesagt. Jetzt sagen wir mal 1. Mal gucken, wie es dann aussieht. Ich weiß nicht, welche er da präferiert. Ob es die 3-Fix-Karte ist, oder die Rendition-Grafik, die drin ist. Quick Weapon. Weapon Clockwise. L und K. Und what the fuck? Fuck. 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 Sieht sehr ähnlich aus. Bisschen satter von den Farben. Ah, okay. Aber da verliere ich Munition. Okay. Erstmal ein paar Buletten einsammeln hier. Okay. Warum der Sound so leise ist bei dem Spiel? Hey, der Witz. Gab, was geht ab? Der Slowmotion. 10 Euro. Dankeschön. Geilo. Meilo. Vielen Dank. Ja, Mann. Die ganzen Videos. Und jetzt die ganzen Streams. Leckt mich in die Tasche. Gerne doch. Das ist unser Hobby. Unser großes. Ist auch gut. Danke. Ich hab's irgendwie da eingesammelt. Irgendeine Bottle. Das lüft ein bisschen rucklich, ne? Aber gut. Ja, Hauptsache, die Sounds sind dann so super laut. Was geht ab? Aber es sieht gut aus. Also, die Spiegelung im Wasser. Von den Wolken und so. You are shooting rockets? That's not fair. I might say. Ich hab auch Raketen. Ich bin gleich kaputt. Achso, ich kann hier auch nach oben schießen. Das ist ja cool. Okay. Komm her, du Luftschiff! Ja, das ist jetzt die Rendition-Grafik. Man sieht's. Oh nein, abgesoffen. Man sieht's. Die hat's mit den Transparenzeffekten nicht so raus. Die, 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 die. Irgendwie kann ich auch wusste. Nein! Abgesoffen. Nochmal! Options. Sky Reflection. Ich glaub, das saugt richtig Leistung. Ich kann die Auflösung runterstellen. Aber dann kriegst du die Capture-Karte wahrscheinlich nicht mehr gebacken. Was? Hier krieg ich das gebacken, echt? Krass. Das kriegt sie nicht hin? Das kriegt sie hin hier. Hier, 320, 240. Jetzt geht's ab. Nicht wirklich. Die Performance ist nicht besser. Und der Screen-Ausschnitt ist verschoben. Und also, Mist. Wie bin ich denn jetzt gerade in die Option gekommen? Okay, Leertaste ist... Enter! Mit Enter kommst du in die Option. Das ist immer für ein schöner Spamm hier. Spammerin. Bämms! Pixel-Brei, Mäuterei. So ist besser. Können auch ein 800 spielen. Jetzt geht's ab. Jetzt haben wir Resolution. Keine Soundeffekte mehr, oder was? So ein bisschen buggy. Ich brenne! Why am I burning? I'm burning! Mr. Burnham, burnham. Habt ihr gesehen? Oh nein, wir springen die Leute vom Kahn. Wir gehen die Leute über Bord. Wie geil ist das gemacht? Shit, ey. Okay, wie kommen wir hier durch? Guten Abend, Pentium 4 AT-Extreme Edition. Stimmt, es steht im Titel ja noch MDK. Oh mein Gott! Nicht mich abknallen hier. Ja, wir haben ganz gut MDK gespielt. So, das können wir einsammeln. Wow, 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 wow. Okay, komm her. Ach shit! Nicht die falschen Tasten drücken. Irgendwie der gleiche Mist. Ganz schön schwer, dieses Luftschiff allein zu treffen. Sonst geben wir hier den mal die volle Breitseide. Come on. Bämms! Jawohl, den haben wir versenkt. So. Boom, shakalaka. Sehr gut. So, jetzt geht's hier auch weiter. Gute Nacht, Deathback Driver! Das erste, Prince of Persia. Das ist natürlich Hardcore. Der Slackdrain, der sucht irgendein Spiel. Was sucht der denn? Freunde, klickt Zukunftsabenteuer. Meinst du rein zufällig Floyd? Diesen grünen Mann? Floyd? Floyd? Also F-L-O-Y-D. Nein! Ich brenne! Ich saufe ab! Damn! Aber Prince of Persia, klar. Wäre natürlich ein Plan. Gebe ich dir recht, Slow Motion. Was passiert jetzt? Freeze, motherfu... Okay. Okay. Wie ist das? Okay. Ist logisch. Vielen Dank.